um was er immer noch einen Mann bei der Kälte was sie uns ruhig von mir hat das so losgeht ich um geht los was sie in einer Seite ich gucke halt ganz gemütlich wie so wie so ein Wiesel Sport war nicht besprochen weil das ist ein Sportwagen in die Karte angenommen Weißt du, erstmal herzlich willkommen an unsere Zutower, ja? Abgelebtes, ihr dürft jetzt abschalten. Nein, das ist ja Quatsch. Wir feiern hier mit Sportwagen, also keine... Sportwagen, was heißt das? Und einer geilen Liefbörse, mag man das? Sportwagen, 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 ich bin der Erste und jetzt geht's los. Vielleicht in der ersten Probe wird's gesammelt. Ja, klasse, Arion. Wie jetzt darum scheiße. Wow, Edi Kohlgeherr, was? Was ich? Ja, was? Was nicht. Ach, was nicht. Ich bin jetzt getragen, ich hab gebremst, direkt von Anoreman Schultz. Ich bin drinnen, ich bin drinnen, ich bin drinnen. Ich bin drinnen, ich bin drinnen. Oh, vor Abiotisch ist ein bisschen ungünstig, ne? Da bin ich die Augen, ich schreibe, sage ich, ja. Ja, ja. er hat Kölner und warte als wenigstens eine Runde er wir machen die Lärmste er hat sich in einem eigenen Rennen kann ich wahr sein das muss man das muss man ändern muss ich nicht muss den Zaun durchbrechen ich durchbreche den Zaun wenn wir es aufholen an und werden die Ampel er habe ich kann nicht immer ich hänge fest ich hänge fest so scheiße ja wir wollen in der letzten ja aber das ist auch dein ungefähr ein Skenevil ne auch mann jetzt habe ich mir in der Laterne nein nein also das erste Rennen ist schon mal nicht so gut ey André mal ernst ja bitte was meinst du nicht meinst du nicht mehr ich hab extrem Windschatten ich will ein bisschen auspassen jetzt gleich ja ich will an deiner Stelle allgemein aufpassen weil hier wird es nicht längst ja ich habe es mal gemerkt ich habe es mal gemerkt ganz ruhig habt ihr es schon wieder weg okay ruhig brauner ruhig aber wie schon was ich habe oh Alter das kann nicht wahr sein erst mal hier professionelles Wenden ach komm das gibt's ja nicht ich bin ich werde ich werde das Rennen nie wegnehmen wir werden mit Bremsen da hinten und alles nur wegen Farb und alles nur wegen Farb also wegen Farb ja weil du scheiße bist du ziehst du gerade runter oh ich komm dir jetzt nicht mehr also ich hab ich mir leid 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 ich hab ich mir leid das hast du ja gesehen und alles nur wegen Farb dich ging es nicht mehr denn die Strecke ich bin mir leid hängt er kommt man sich schon noch viel später oder so ein halbes stunden später doch schon drei geld später was die tue hast du spät gesagt sorry das ist ein scherz ich habe mir meine kamera auch gar nicht angezeigt mir hat sich erst angezeigt als du genau vor mir warst also was das denn mit eigentlich für eine strecke hier von von zehn auf sechs ist schon sagen ich möchte mich mal um ja ich bin zu suchen also ich bin von zehn auf zehn ich bin gemeistert ich habe gewonnen nein ich bin gerade mal kurz wagen gegangen alles klar das ist ein bisschen mich hatte ich so ein bisschen alles klar danke boah du leger sag mal das war ich nicht ja scheiße hätte sich nicht gerammt man ja ich dachte da geht es geradeaus du hättest du nicht angestuppst er hat eine rückwärtsmachung aber ich habe Pettin dritten gemacht eigentlich hätte ich zwei jahre lassen aber dann wurde er auf den Platz ich habe den Münchnern ausgelöst und dann wird es weg alles gut ne ich dachte es geht geradeaus wirklich deswegen bin ich ja so komisch geworden aber es ging auch einmal rum ja oh passiert ne also ich fahr noch ja das ist nicht die ganze Zeit wir haben 2 0 für Bayern zwischen ja voll bist du Bayern Fan Echt eigentlich wie Hans ist eigentlich BVB Fan BVB ist ja trotzdem mal besser als Bayern ja ich überlege nochmal Jojo aus welcher Ecke Deutschland ist wohl ich hab das Rennen schon vorher ja ich weiß es doch aber bist du Bayern Fan wenn du nochmal fest drüber nachgedacht hast ich wohne ich wohne ein paar Kilometer hinter München also ja ne also definitiv nicht du sag mal Tim Tim das Rennen ist von dir oder ja dann bin ich so lieb und gebe dir kein Disseler nicht so wie Anorema in Götzeler danke zu gültig ich meine es gibt auch von Rostock Leute die St. Pauli mögen Hamburg genauso wie es bei mir in der Nähe Leute gibt die Bayern mögen es gibt in jeder Stadt es gibt auch Dresdner die nicht Dynamo Dresden mögen ja Bayern können wir bitte aufhören von Fußball zu reden ja Tim was denkst du was ich hatte und meinte achso ok ja vorhin tatsächlich sind beide raus ne ja wann oh man ey jetzt kommt das jawoll erst mal ne Cola trinken oh nein Tim Tim wir zwei lieb ja ja klar die Beschreibung ist die geilste ja wenn da das richtige Team erwischen wird Tim ohne Explosion hast du gehört ohne Explosion ja ohne Explosion gell ja ähm also Panzerfaust ist erlaubt tja nein alles gleich nein Panzerfaust ist nicht erlaubt und nein Tim oh ach Gott wir haben Willi ja warte ja Chris warum hab ich ne Glatze wer hat hier den Park Tim du hast ne Glatze warum hab ich ne Glatze Eios scheiße ich hab auch ne Glatze boah alter wie das Team alter Torsten wie siehst du denn aus ja ich weiß nicht für unser Team rein wa das ist für unser Team rein ich weiß ja ich hab auch ne Glatze auf einmal scheiße ich seh schön aus oder es wurde gewettet ja das weiß ich oh fuck warum hab ich jetzt ne Glatze ey ich kann ne wetten ja ich kann aber ein bisschen Platz machen äh Tim ist das auf dem Dach oben oder das ist Gebäude vom Update okay alles klar ach du kannst nur maximal 10.000 wetten sag das doch ja ich hab 2800 gewettet auf uns zu fragen du kannst rund mehr ach ne das ist das nicht auf dem Dach das sieht irgendwie cool aus doch das ist das auch ich hab immer noch ne Glatze ich hab immer noch ne Glatze ne ich dachte das andere ja ja ich hab gedacht das andere passt schon ich bin nicht grad wie ich aussieht das was irgendein Comedyfilm so ein Typ der komplett sinnlos aufgetaucht ist und dann irgendwie gestresst gemacht hat der Außenmark-Losen-Typ war der nur mit einem Jogginganzug oder Glatze rumhören ganz ruhig Arno ganz ruhig Arno das ist irgendein Film Licht aus nein Licht oh Gott ich hab was ich hab was ich ich wollte gerade abschneiden in dem Rutsch runter ja ich bin da runtergefallen das war nicht meine Absicht oh nein jetzt hab ich ja verraten wo ich bin da war einer ja da war noch einer ja ich bin genau vor dir runtergeplumpst sie sehen sie mich nicht gesehen ne ich hab dich ich hab dich voll nicht gesehen ey Wasser auch Kassi kommt von unten ja Tossi ist auf unserer Seite Jocker auch verdammt ich hab auf Freunde aus drum kann ich hoffen niemanden nirgends na Danny na Danny komm mal mein Auto im Gegner ja das hab ich auch dann habe ich anstatt nein das gibt's nicht das gibt's nicht das gibt's nicht gibst du noch Danny nee Tossen ja den Külgespiel ja du hast mir den Külgrad geknackt ja Alter ne war meiner sorry ja äh egal ich bin schon noch ja ey Tim aber jetzt hab ich wieder Haare guck mal ich hab wieder Haare ich hab ich auch hab sie immer noch ne Pauli ich lass mir jetzt einen glatt zu schneiden das ist auch irgendwie cool aus den Jogginganzug ohja das hat Stil ach so was Gott lol ich hab dir erstmal das Dach runter ey und Salatistenbad oh man ja wenn's dir geht lol an und weh mal ach du mal ach oben drauf ja ok hol na mal ja was denn ja was denn ja was denn ich bin einfach so von hinten anschlagen was soll ich nie ich bin oben man weil wir liegen zurück ey Alter komm ich bin grad gespawnt Jojo 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 Manic Jojo Manic Jojo Manic Jojo Manic Jojo Manic Jojo Manic ja natürlich was denn sie werden das ist was ich dass wir das gefallen der Stattel schon ja nicht bis auf der falschen Seite nach der falsche Meinung ja richtig wo sind die alle sind die gar nicht mehr einmal haben wir und wie gestiert um damit werden wir eben gerade das ist die erste Mal der Größte ist es schade auf der Wart mich zu können ja schon wenn er weiß nicht mehr als er hat sie kann ich glaube ich glaub mir die die kills und mein gott ist mein gott das hätte ich fast erwischt wo denn die hose runter wo sind sie doch zu viel das gibt es doch nicht ich stehe da unten nahe ein bisschen habe ich für mich gepustet werden auf der jahr und zieht es umgemäht okay um sich in keinem nur wie blind wie ein blind fisch aber alles hätte in der mann doch nicht dass das gibt es nicht der abgibt der hohen sich um die etwas zu tun da ist nun weiter jetzt sehe ich ein von 1 Uhr erhebt er sagt er und in den Kanz geschossen das Thema Camper haben wir ja gestern erst ja genau das ist ja wenn man sich immer gut verstehen kann wenn du mir viermal in den Fuß schießt, dann sterbe ich, ist ja klar das ist vollkommen logisch es hat voll neben dich geämt, ne? Niederlagenserie Dankeschön für die aufbauenen Worte Alter Mann, wieso? Ich fährt hier gestorben, das weiß ich schon Nein! Ich bin schon wieder, ey! Sag mal, hast du so'n Bot auf mich, oder was? Ja, irgendwie schon Nein, ist das nicht Bot? Ist ja unfair Mann, was ist denn heute los, Freunde? Darf ich eine Granate werfen? Nee, ne? Warum steht da ein Auto auf mir? Nein, kein Explosive Dieses Auto ist mein Lampier Aber der Granate ist doch tactical Taktical 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 Explosive Und Haltbombe Taktical Platze Ach, was? Versteht ihr an? Alles, was explodiert, wird nicht hergenommen Taktical Taktical mit ihr willens nach ja auch nicht aber da habe ich fast nicht mehr genommen ah da hat er Glück gehabt alles ist gut zu sagen du willst was wie soll ich Glück gehabt ich bin gestorben ne da hast du Glück gehabt ja so sieht's aus und ich bin ja das bring ich da runter Eiers oh hast du mal gerettet wir wissen Lowlife überlebt öpp ein Schuss ich bin tot oh das gibt's nicht ich habe gar keine Kids mehr oh man das ist online da war Chris weg oh für die Neue war da war ich der beste Spieler auf dem Feld ich war der beste Spieler das war in der ersten drei Schaden ich weiß nicht, das ist so ähnlich erledige zwei Gegner innerhalb von 20 Sekunden ich habe keinen gesehen oh Gott ich war letzter, wie schlecht bin ich denn ja das muss ich ja auch mal sagen letzter Baseball ach ne Wimps war schlechter ich war sogar der beste von uns oh Rymke 10.000 Dollar verloren jetzt hätt ich nen Dislag gegeben jetzt hätt ich nen Dislag gegeben das ist für mich in Ordnung boah und jetzt kommt gleich das zweite hinterher im Gehirn X-Station den ganzen Tag im Gehirn X-Station den ganzen Tag oh jetzt haut er gleich das Nächste Much Money such that much, very good mit Explosives oder ohne? ohne ohne, auf der Map ohne 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 Minigun ohne Minigun ohne Minigun ach fest und aufnehmbar ah ok, ich verstehe ach scheiße das wollte ich nicht das wollte ich gar nicht ich hab mich verdrückt fast egal ist doch nicht so schlimm war's fest und aufnehmbar oder was? User enter your channel Super Hallo Mann ein Money Hallo Hallo mit 5000 Blätten kommt schon Guten Tag Guten Tag das selbe Team Guider so, abkommen, Wette nach 5000 Blätten nur ohne die Plätze nur ohne die Plätze ja Shit, eh okay, okay ich hab ne hündene Abbie-Pistole Ach Dart, ach du anstest mich und das mit Rymke, Rymke Torsny, wir müssen nachher noch mal reden Alles klar, schön Mhm Beziehungsweise Rymke Torsny und Chris Mhm Rymke freut sich Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten das ist ja Top Secreto Jo Obst dann Ok Machen wir noch einfach kurz und dann ist gut Ja Le square Yep Gäste Wir ole